Hallo liebe Freunde, ich habe da wieder einen kleinen Film zusammengeschnitten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich habe da mal die schönsten Bilder rausgesucht und jetzt geht es weiter. Erkennt ihr dieses Outfit wieder? Wo hatte ich das wohl an? Untertitelung des ZDF, 2020 Das hier ist natürlich mein absolutes Lieblingsgleit. Jetzt haben wir schön geschnitten. Raffiniert, nicht wahr? Das hier ist natürlich mein absolutes Lieblingsgleit. Oder das hier. Das ist natürlich der absolute Glitzereffekt. Wunderschön, nicht wahr? Total in. Das hier ist natürlich mein absolutes Lieblingsgleit. Und hat euch der Film gefallen? Wunderschöne Bilder, nicht wahr? Mir haben sie gefallen. Euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.